Ihr kennt bestimmt alle Quidditch von Harry Potter. Diese Sportart gibt es wirklich und sie heißt Quadboard. Und ja, das bin ich, der das erste Mal diese Sportart ausprobiert. Mit dem Volleyball musst du Tore erzielen, dann hast du das weiße Band an. Mit dem Orangen darfst du Leute abwerfen, dann hast du das schwarze an. Und Gelb fängt den Schnatz. Wie das funktioniert, seht ihr später noch. Was ich übrigens auch cool und besonders finde, ist, dass das Geschlecht hier egal ist. Also die Sportart ist komplett genderneutral. Wir mussten vorher natürlich aufgewärmt und ein paar Vorübungen, wie zum Beispiel das Werfen geübt. Dann haben wir das Angreifen und Verteidigen trainiert. Und da habe ich mich so, naja, angestellt. Aber es ist gar nicht so einfach, weil das Ganze super schnell geht. Und es gibt echt viele Regeln, die ich jetzt nicht alle im Video erklären kann. Nach 20 Minuten kommt dann der Schnatz. Wie ich um den Schnatz kämpfe und in einem richtigen Spiel bin, seht ihr in Part 2.